an die dahinter nicht das so genau wissen morgen neuen mal so ist nicht der mann kommen an das sagt nachher nicht ich muss nur wieder zu weisen alle geht's los noch geht's noch wo fahr doch mal weg hier geil die Forschung dauert immer noch 2 Stunden ja die fahren wieder nicht weg dann stellen wir sie eben um aaaah fick dich schieß wieder irgendwo nach oben aber nicht nach unten hallo es ist doch einfach nicht wahr wir sind einfach nur stehen bleiben angriff durch laser satelliten oh god ich schicke die mal dann auf vielleicht schießt die laser satelliten auf dich oder warten die einfach nur irgendwie das was weiß ich was macht mein commander er lebt noch oh god er lebt noch ich weiß was ich da hinten noch bauen muss so zur sicherheit jetzt sagt ja mal eine armee was soll denn der scheiß meine armee fährt mal da runter konstruktion abgeschlossen scheiße scheiße und also fällt mir die gefällt mir die wörter aus ja geben wir die wörter wir kommen dann echt näher der arsch das ist nicht mehr lustig das ist jetzt echt nicht mehr lustig Oh Gott Muss mal Einheiten wieder aufstocken Und mir geht die Energie Ah, noch aus Oh Gott Wo fahrt ihr denn nun hier? Hin, hin Ich hab's vergessen wieder umzustellen Ich hab's vergessen wieder umzustellen So eine Scheiße Boah, fahr da wieder runter, ihr Vollidioten Fahr da runter Boah Ich könnte es kotzen kriegen, weil der Einheiten kann Ja, die ist manchmal so dämlich Und dieser Scheißabschuss Und danach darf ich wahrscheinlich noch halbe Stunde warten, bis sie endlich die Raketen Abgeschossen werden, nachdem sie das Abgeschossen schießen können Weil man kann die ja nicht sofort immer abschießen Naja, es ist Es wäre auch zu einfach, wenn man einfach mal hingehen könnte Und solche Sachen einfach in Luft sprengen könnte Oh Gott Ja, sie lassen sich reparieren Während der Zeit können sie nicht zurückschießen, oder was? Ich lasse es lieber Ich fahr gar nicht erst wieder hinauf Sollen sie sterben, ist es mir egal Es ist, es ist Ich verliere sonst doch wirklich gut Einheiten Ah, hier steht der immer noch ewig weit oben Was ist denn der Scheiß? Angriff durch Lasersatelliten Gebäude wird angegriffen Ach, echt? So, das ist auch schon aufgefallen Ist ja der richtige Blitzmerger Boah, wie der meine Streitkräfte jetzt mit diesen verfickten Satelliten sagt Geil Oh, und die Forschung dauert immer noch zwei Stunden Produktion abgeschlossen Fick dich Das sind wahrscheinlich auch ein paar Lieder-Einheiten mit draufgegangen Kannst du mir gut vorstellen Und meine Energie gehört auch immer weniger Ich habe jetzt bald wahrscheinlich schon, was sehe ich, 30.000 verblasen In einer Mission Oh Gott Nein, ich will doch gar nicht alle Ich will nur den Hero Fahr da weg Fahr weg Fahr halt weg Oh, fahr Nein, da runter Du Idiot Angriff durch Lasersatelliten Ach, Alter, wie dämlich kann man denn sein Noch weniger KI-Kampf Jetzt fahrt da her Tante Scheiße noch mal Angriff durch Lasersatelliten Halt's Maul Ja, das Ding ist im Arsch Angriff durch Lasersatelliten Reduktion abgeschlossen Was greift da an überhaupt, wenn das Zeug da oben kaputt ist? Oh mein Gott Scheiße, ist doch die Wand Zum Glück habe ich so viele Einheiten Oh Gott Was mache ich mal? Allerie Warum macht die nix? Hm, geil Hat er mal weg Ach, ich hasse euch so sehr Ich glaube der gar nicht, wie sehr ich euch hasse Oh ja Kann der noch überall hinschießen Jetzt geht es mir langsam echt auf den Sack mit seinem Boah Gott, wenn ich mein Commandos verliere Ich kotze, ich kotze Oh komm, macht's alle platt Boah, jetzt fängt er dem Scheiß wieder an Oh Gott Oh Gott, ich will gleich mal den Commandos verlieren Speichern War ich denn zuletzt gespeichert? Wird denn der Code endlich mal fertig? Nein, natürlich nicht Ich könnte die Mission ja sonst gewinnen Angriff durch Laser-Satelliten Gebäude wird angegriffen Wie viele Satelliten hat denn der noch? Was habe ich denn da einhalten? Angriff durch Laser-Satelliten Glaubens, bildet Hopp, fahrt mal da runter jetzt Ja Okay Heute für heute ist Schluss Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Ja